Wenn die Resi jetzt heiratet, dann wird doch sowieso sie einmal am Thron sitzen. Wenn ich einen Sohn habe, wird sie das sicher nicht. Maria und Franz Stephan werden auf ihren Anspruch verzichten. Papa! Das ist die Bedingung für die Heirat. Gern akzeptiere ich daher die Bedingung, die es braucht, um offiziell um ihre Hand anzuhalten. Deiner Schwester geht's nur um die Liebe, nicht um den Thron, hm? Er würde zum Beispiel auf sein Land verzichten. Und dann kann ich es doch nicht sehen. Vielleicht seit ich nur der Gemahl bin? Ich bin Maria Tafesia, Erzherzogin von Österreich. Meine einzige Rettung seit Ihnen. Lang lebe Maria Tafesia! Will it fall? I want it all or not at all. Ich bin Mutter. Vielen Dank.